Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival is Sender hier auf der Center mit der Omega Bot. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Freunde. So, neuer Tag, neues Glück, beziehungsweise neue Nacht, neues Glück. Das ist ja gerade mitten in der Nacht. Das Pracer habe ich soweit schon eingesagt. Wir hatten ja oben noch was liegen, bei unserer Boss Arena zuletzt. Und das ist die Fire, ne, Poison Vivern gewesen. Noch ein Elite und Female. Nach dem können wir auch einen sacken und dann sind wir schon wieder ein Stückchen weiter. Wieder zwei neue Dinos für unseren Item Collector. Und wir kommen unseren Unique Elite Kibble ein bisschen näher. So, raus mit dir. Und raus mit dir. Inventory. Das und das. Und Integrate and Destroy Session. So, aktueller Status, Egg Chart. Vier Stück fehlt es noch. Cosmic, Guardian, Ezreal und Summoner. Cosmic. Dann fehlen uns noch Guardian. Ezreal. Wo ist denn jetzt Guardian? Das ist Guardian. Also, vier Stück fehlen uns noch. Müssen wir mal ganz kurz gucken, wie viele Essenzen wir noch haben. Ezreal. Jetzt können wir noch ein paar beschwören. Resource, Guardian auch. Von Cosmic und Summoner habe ich leider extrem wenig. Haben wir noch ein paar Unique Items, die wir destroyen können? Nicht wirklich. Nicht. Wirklich. Also, ich habe nochmal ein bisschen hier dran rumgespielt, damit er immer wieder Auto-Fragments macht hier in den Puppen. Hat soweit auch leider nicht funktioniert. Only Transfer to Personal Structures. Es funktioniert leider nicht. Das ist so schade. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Selbst bei denen im Discord habe ich nichts gefunden, dass er die wieder selbstständig kaputt macht. Er packt sie immer wieder hier rein. Zack, sind sie wieder drin. Obwohl ich es eingestellt habe. Primitiv. Primitiv. Ich kann es leider nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir können leider mal ein bisschen rumtesten. Oder ich werde offline rumtesten. Mal gucken. Mal schauen. So. Boss Arena. Wir wollten noch zwei weitere uns holen. Das ist nur noch zwei Stück im Endeffekt fehlen. Dann kommen wir der Sache hoffentlich mal ein bisschen näher. Ich möchte gerne diese Phase abschließen, dass ich mir die Dinos suchen muss. Und mal ein bisschen weiterkomme. So, fangen wir an mit Guardian Soul. 11 Elite Knockout Arrows. Da muss ich auch gleich nochmal mehr machen. So viel haben wir da nicht mehr. Female Elite, bitte. Alpha. Du bist nichts, was ich gebrochen könnte gerade. Es tut mir ja leid. Aber dann bist du geschlachtet. Ja, komm schon. Komm schon. Zeig uns deine Tapes. Weibliche Elite, bitte. Oh Gott. Male. Ach, du warst es nicht. Hallo? Du bist sogar unsterblich. Ah, hier ist ein Item gedroppt. Haben wir aufgesammelt. Was haben wir hier Schönes? Uh, wir haben mal Raw Matten gekriegt. Primitiv. Magic Charm. Jo, dann testen wir es halt nochmal. Was willst du machen? Probieren müssen wir es. Definitiv. Ach, ist ja ganz schief hier. Immer noch. Oh Gott, was bist du denn? Ein Rock Elemente. Wir machen jetzt gerade nicht viel Schaden an dir, ne? Aua. Ich wusste gar nicht, dass es Rock Elementals hier gibt. Ja. Ja. Ich wusste gar nicht, ich wusste nur einen Screenshot, Mann. Fand dich super. Great Topper. Can only knock out by Metal. Knock out arrows. Oh mein Gott. Oh, der hat, der hat wehgetan. Ein bisschen hochheilen. Au. Au. Wo ist denn mein Beacon? Da. Einmal Heilung, bitte. Uff. Ich glaube, es sind jetzt mal 100.000 Schaden oder mehr. Aber ich war sein hier. Picks, Picks, Picks. Autsch. Uh, uh, uh. Nicht gut. Nicht gut. Gleich sind wir wieder voll. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen Schaden gemacht. Aua, hör auf damit. Legen Sie sich bitte einfach nieder. So, bisher passt der, dass der Gegner mit dem wir zu tun haben. Oder gleich hatten. Au. Daneben. Daneben. Und wieder voll. Boah. Ich hoffe, den krieg ich niemals raus. Boah. Ui, 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 ui. Das war nicht ohne. Gut. Guardian können wir dann gerade mal ganz kurz abpacken. Dann machen wir weiter mit Aetherill. So, weibliche Elite, bitte. Kann nicht sein. Wir können rauskriegen. Oh mein Gott. Wo bist du? Au. Ich hab den gar nicht gesehen. Der war so klein. War immerhin schon mal Elite. Das ist schon mal ganz gut. Aber nicht das, was ich wollte. So. Nächster Versuch. Mit einem kompletten Reinfall. Hier wahrscheinlich. Elite Female. Sehr schön. Oh. Und ausgenockt. Sehr, sehr gut. Gut. Ich kann mich erstmal hier liegen lassen. Dann gehen wir in die Base und machen nochmal Pfeile. Wobei ich da gesehen hatte, wir haben keinen Flint mehr. Das war nämlich ein Problem. Wir hatten noch hier das Multitool. Auch das Fleisch packen wir erstmal weg. Und sonst Spaß. Oh. Jetzt hab ich die Elite Pfeile weggepackt. Die hätte ich gern wieder. Wir können hier schon mal Elite sedativ anstellen. Elite, 100 Stück. Dankeschön. Meine Pfeile hätte ich gern wieder. Da. So. Aktuell bist du eine Sichel. Jetzt bist du epic. Headshot. Club. Sickel. Okay. Dann ist das wirklich für Flint. Oh ja. Mal müssen was rauskommen. Mal ein paar Pfeile mitmachen. Das ist doch schön. Muss ja wie gesagt nicht super viel sein, aber Das ist ein bisschen was. Supi. Dann können wir machen. Arrow. 100 Stück. Wollen wir 200. Kann die schon mal craften. Hoch. Viel zu weit. Und da müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt weiterkommen. Also unser Set haben wir erstmal voll Soul Scream. Legendary. Hätten wir ja auch. Wir brauchen die Thames. Und da müssen wir mehr Magic Find bekommen. Und wir haben ja hier drauf Ich bin mir nicht mehr sicher. 30. Ungefähr. Leider wird es nicht angezeigt. Aber wir sind ja bei über 70. Sind auch noch Eier. Ein bisschen Element haben wir. Ich frage mich nur, warum das hier nicht funktioniert. Also Wir brauchen Cosmic Summoner Wir könnten noch einmal Guardian sogar machen gleich. Einmal können wir es auch testen. Tranks. No, die nicht. Ja, wohl. Soll er durchcraften. Last Location. Die ist fertig. 134.000 Leben. Vielleicht haben wir ja ganz viel Glück. Und mit dem letzten kriegen wir es. Komm schon, komm schon, komm schon. Weiblich Elite. Sehr, sehr geil. Nice. Zwei Stück nur noch. Ja, das freut mich. Gut, dann kann das wieder weg. Das und die Pfeile auch. Du kannst schon mal Eier legen. Wir können ja einmal ganz kurz eigentlich auf die Pinguin-Insel gucken. Wo ich jetzt wirklich lange nicht war. Pinguin, Pinguin, Eis-Insel. Ob hier noch ein paar Elite sind. Und zwar genau die beiden, die ich brauche. Das wäre super. Wow. Gamma, Delta, Summoner. Immer ein Summoner. Delta. Uiuiuiuiuiui. Unique. Farmer. Dich brauche ich nicht. Dinn, Dorn. Dinn, Dorn. Wir sind ja gar nichts. Ah, ist hier nichts. ein Koloss. Kein Evita. Nö, das sammle ich jetzt nicht ein. Gut, sehen wir von hier aus noch irgendwas? Nö, ne? Die können doch dann auch noch weg, ne? Hulle, guck! Wo kommst du denn her? Du hast ne Pauschen. Na, dankeschön. Gut, ähm, was sagt denn unsere Boss-Arena? Ist der... Oh, das war nicht die Last Location. Ja, 10 Sekunden warten. Ich hasse es. Hast du eigentlich Einstellung? Ne, ne? Oh, ne? Boss-Arena. Oh, ja. Der Pidgey ist fertig. Geil, fehlen uns nur noch zwei Stück. Was hat der denn alles für Zeichen? Na, falsche Waffe. Base. Und dann packen wir den aus und packen den auch rein und dann... ganz kurz Status gucken. Ah, choose, Elite, rennen und destroy. So, und das kann jetzt hier alles weg. Laut. Danke. Sedativs craften sogar noch. Tranks. 108 Stück. Das ist doch schon mal sehr, sehr geil. So. Da fehlt's immer noch. Ach, ja. Wie kriegen wir das jetzt mit den Portemüllen? Was ist, wenn ich sie komplett neu aufstelle? Oder ist die Reichweite geändert worden? Ne. Ist immer noch gleich. Okay. Share Settings. Oh, Gott. Ich hasse es. Wenn irgendwas funktioniert hat, sollte man sich mal anfassen. Drop Pickup Items. Okay. Automatic Item Transfer. Könnte ich auch geben. Gina Inventory. Withdrawal on Attack. Global Item Transfer. Das habe ich ja... Lass mal das mal ausnehmen. Quantum Compact Transfer. Compact Transfer. Lass es nochmal ausmachen. Transfer imbued to Item Fragmentor. Das wollte ich ja ausstellen eigentlich. Und Only Transfer to Personal Structure. Das machen wir auch mal aus. Vielleicht geht's ja jetzt wieder. Ne. Äh. Das schwäge. Dann. Machen wir da wenig Teile drin. Ach, lass das hier vorne nehmen. Dann sehen wir es wenigstens gleich. Ähm. Defender. So, dann kriegst du das Set wieder angezogen, natürlich. Damit du auch eins anhast. Und wir stellen dich ein. Auto Fragment Primitiv. Rausend rein, zur Sicherheit. Boah. Machst du wenigstens das weg? Ne, die kommen auch direkt wieder rein. Ah, ist das ein Mist. Ist das ein Mist. Das gibt's doch nicht. Wir nehmen uns die Pfeile schon mal raus. Und dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen farmen. Wir brauchen wieder Souls. Wir brauchen Items, die wir griten können. Und was eignet sich dazu besser als unsere Testinsel? In der Hoffnung, wie es wieder irgendwas schön ist für uns. Du nicht. Eine Runde. Eine Runde. Obwohl. Lassen wir uns zum anderen Teleporter gehen. Hier oben. Ich bin bisher die besten Sachen gefunden. Delta Lightning. Gamma Phoenix. Obsidian. Ja, wir nehmen es jetzt alle mit. Du stehst nicht wieder auf. Ja. Und tschüss. Tschüss. Uuuuuh. Moment. 3,8 Millionen Leben. Da gucken wir mal, wir würden noch ein bisschen Schaden dran machen, bevor das Netzwerk weg ist. Und der uns wegpuncht. Na ja, immerhin. Und der uns wegpuncht. Machen wir mal den Endlesswerk. Und der uns wegpuncht. 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 Was war das denn für eine Meldung? Hallöchen. Danke für deine Seele. Das war ja eine Zombieseele. Beta, Gamma. Alpha Banshee. Blut. Blödes mit der Jungen. Kann sie nicht mehr sehen. Ich kann sie wirklich nicht mehr sehen, Leute. Prime, Blizzard, Megaloceros. Es ist gar nichts passiert. Gar nichts. Gar nichts. Ich weiß nicht mal, was da gerade passiert ist. Reset habe ich an. Sehr schön. Gamma. Obsidian. Obsidian. Complete the Quest. Nice. Was haben wir denn hier? Psychosis. 150. Aber das kostet ganz schön viel, das aufzuwerten. Dorgon. Dorgon, Beta-Zombie, Beta-Nightmare, Elite-Ezzeril. Weiblich hätte ich ganz gern. Weiblich hätte ich ganz gern. Ein paar Shards. Ein paar Shards. Hi. Ich kann schon wieder angreifen. Dieser Element-Buff. Blut. Ich habe Blut gehört. Was bist du denn? Oh, das ist Rampage. Das siehst du schon in der roten Farbe, dass das Rage ist. Cosmic. Cosmic Sachen brauche ich. Gamma. Tschüss. Mehr Loot, bitte. Uh. Irgendwas war hier noch da. Das war doch mal ein bisschen was hier. Eine Quest. Ein Unique Schild. Oh, das haben wir ja. Mutual Shard Explosions and Bleeds. Wenn es das gewesen sein soll, dann ist das halt... Du stirbst noch. Ja, ist ja gut, Leute. Hier könnte man wieder so einen orangenen Drop geben. So einen legendären. Das wäre schön. Ich muss wohl mal wieder eine Menge Offline-Farm scheinbar. Damit man hier irgendwie vorankommt. Das Einzige, was wir jetzt noch testen können. Wir hatten ja Cosmic jetzt nochmal. So ein, zwei Seelen gekriegt. Das war die Base. Vielleicht können wir nochmal was beschwören. Äh... Base. Schubidubidu. Erstmal ausladen. Und... Oh. Element Souls. Und alles weg. Wie viel Cosmics haben wir jetzt? Genau 100. Ein Versuch. Ein Versuch zum Abschluss. Da wird er jetzt drin sein. Unser Female Elite Cosmic. Wir hatten ja hier oben einen. Aber er ist weg. Mist auch. Komm schon. Zeigen sie sich. Zeigen sie sich. Mail. Fuck off. Au. Au. Was gibt's für einen perfekteren Punkt, um diese Folge so zu enden? Ich werde das noch ein bisschen rumfahren. Eine andere Option sehe ich jetzt gerade nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir hoffentlich einen Schritt vorangekommen sind. Und ich vielleicht auch diese... Dieses Fragmentieren sozusagen... geklärt habe. Achso, ich musste ja gar nicht hin, ne? Ich kann auch in die Base gehen. Gut, ihr Lieben. Besten Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.